Herzlich Willkommen beim ersten Schlagabtausch-Ticker des Monats Oktober 2024, eurer zentralen Anlaufstelle für aktuelle News aus der Schlagzeug- und Percussion-Welt. In diesem Ticker erwartet euch ein Groove-Check, Unterrichtsstrategien, eine Mitmachaktion zum Schlagabtausch, Politik, was Hartes und Weiches zugleich und was sehr Exklusives. Los geht's! Veranstaltungen Am Mittwoch, den 30.10. heißt es bei DrumTech in Hessisch-Ollendorf im Großraum Hannover Groove-Check. Drummer und Autor Micha Fromm, kein Unbekannter hier im Schlagabtausch, lädt von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr zum kostenlosen Workshop Check deinen Groove ein. Sowohl Fortschritte und Drummer als auch ambitionierte Anfänger und Anfänger kommen hier auf ihre Kosten. Es gibt jede Menge Tipps und Tricks, um den Groove aufs nächste Level zu bringen. Im ersten Teil zeigt euch Micha, wie ihr euren Groove mit Klatsch- und Zählübungen, Schlagtechnik und Silent Drum Practice optimieren könnt, auch und sogar komplett ohne Schlagzeug. Im zweiten Teil geht's ans Eingemachte mit seinem Groove-Koordinatensystem, erklärt Micha, wie technische Faktoren wie Timing, Dynamik und Sound euren Groove beeinflussen. Es gibt beim Workshop gemeinsame Übungen, Solo-Performances und die Möglichkeit, selbst an Michas Schlagzeug zu spielen. Eine gute Gelegenheit, um seinen Groove auf neue Art zu erleben und das Beste daran, alles bei freiem Eintritt. Es gibt also keine Ausrede hingehen. Veranstaltungen Von Hannover vom Norden Deutschlands geht es in den Süden. Am 9. November 2024 dreht sich im Musikzentrum Ohrwurm in München sieben Stunden lang alles um innovative Schlagzeugmethoden und Unterrichtsstrategien. Beim Drum Intensive Master Lab haben Lehrkräfte die Chance, mit dem internationalen bekannten Dozenten Klaus Hessler neue Wege in Sachen Üben und Lehren zu erkunden. Von Rudiments über die MOLA-Technik bis hin zu Open-Handed Playing und Rhythmik. Das Seminar bietet nicht nur praxisnahes Wissen rund ums Schlagzeugspielen, sondern vermittelt auch Methoden, die sich direkt im Unterricht einsetzen lassen. Besonders interessant, es geht hier um mehr als nur Technik. Die effektive Übe- und Lernstrategien stehen im Fokus, mit denen man seine Schülerinnen und Schüler nachhaltig voranbringen kann. Obendrauf gibt es ein ausführliches Stripped, damit es auch nach dem Workshop weitergehen kann und man die Inhalte vertiefen kann. Los geht's am 9. November um 11 Uhr. Die Plätze sind auf 20 Teilnehmer begrenzt und die Teilnahmegebühr sehr attraktiv. Lehrkräfte, deren Schulmitglied der Musikinstitute Bayern e.V. sind, zahlen nur 60 Euro, Gäste 85 Euro. Zudem gibt es einen Rabattcode für Mitglieder der Plattform OpenMindedDrumming.com. Für alle Schlagzeuglehrkräfte, die ihre Skills und ihren Unterricht auf ein neues Level heben wollen, lohnt es sich auf alle Fälle. Die 100. Folge des Schlagabtausch-Podcasts rückt immer näher. Dirk und ich haben uns dafür eine ganz besondere Aktion ausgedacht. Wir laden euch alle herzlichst ein, den Schlagabtausch-Jingle auf eure eigene kreative Weise zu spielen, neu zu interpretieren, komplett neu zu arrangieren oder einfach nachzuspielen. Ob ihr das Original kopiert, imitiert oder etwas komplett Neues daraus macht, euer Beitrag wird in der Jubiläumsfolge gefeatured. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist euch aufzunehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr das einfach mit dem Handy macht, dem Field Recorder oder mit was ihr auch immer euch aufnehmen möchtet. Die Qualität der Aufnahme ist nicht relevant. Gerne könnt ihr euch auch in einem Video festhalten. Bei genügend Videos können wir dann alles zusammenschneiden und auf unserem YouTube-Kanal hochladen. Ihr merkt schon, alles ist erlaubt. Schickt eure Datei, egal ob WAV, MP3, MP4 etc. an schlagabtauschpodcast.gmail.com oder sendet besonders große Dateien per V-Transfer. Der Link ist in den Show-Notes zu finden. Macht mit und feiert diesen Meilenstein gemeinsam mit uns. Dirk und ich freuen uns auf eure Zusendung. Wir haben im Podcast des Öfteren über die Petitionen anlässlich der Umsatzsteuerbefreiung von Bildungsleistungen gesprochen und auch zur Unterstützung aufgerufen. Hierzu gibt es positive Nachrichten. In der letzten Plenarwoche des Bundestages gab es positive Signale von den Regierungsfraktionen. Tim Glüssendorf von der SPD kündigte Änderungsanträge an, die in Richtung der Petition gehen. Die Neuregelung zur Umsatzsteuerbefreiung wird sowohl nicht in der geplanten Form beschlossen, sodass anscheinend keine zusätzlichen Kosten für Musik- und Tanzschulen sowie Bildungsleistungen entstehen. Hier der O-Ton von Tim Glüssendorf, Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich komme zum Punkt der Bildungsleistung. Da kann ich gleich vorwegnehmen. Ich hoffe, dass meine Kolleginnen und Kollegen von FDP und Grünen mir das verzeihen, dass ich das im Wissen, dass wir natürlich noch in Berichterstattergesprächen miteinander reden. Aber ich hatte wahrgenommen, dass es auch Einigkeit bei uns hat. So schon sage, wir werden die Neuregelung der Umsatzsteuerbefreiung von Bildungsleistungen so wie im Entwurf angelegt nicht so beschließen und nicht so vorschlagen, sondern wir werden die Unsicherheit, die momentan da ist und die Unsicherheit über die vollumfängliche Fortführung der bisherigen Umsatzsteuerbefreiung auch wahrnehmen und dementsprechend einen neuen Paragrafen dazu vorschlagen. Das bedeutet, dass wir nur minimalinvasiv das umsetzen, was europarechtlich geboten ist und alles, was zusätzlich an Erläuterungen, auch an Klarstellungen eigentlich gemacht werden sollte, das werden wir nicht mehr in den Entwurf schreiben, der am Ende den Deutschen Bundestag hier in der zweiten und dritten Lesung erreichen wird. Deshalb ganz klar und deutlich, mit uns wird es keine Verteuerung und keine Verschlechterung geben, gerade was den Bereich der Musik- und Tanzschulen angeht, aber was den gesamten Bereich der Bildungsleistungen angeht. Das ist das Signal, was heute aus der ersten Lesung schon gesendet wird. Denn wenn wir das Ziel der Chancengleichheit ernst nehmen, dann darf der Zugang, und das ist ein Thema, was uns ja deutlich mehr beschäftigt als euch, niemals vom Geldbeutel abhängen. Und das werden wir auch in diesem Gesetz eindeutig verfolgen. Sei es der eigene Geldbeutel oder der der Eltern, für uns ist ganz wichtig, dass die Chancengleichheit besteht. Und deswegen werden wir nicht zu einer Verteuerung der Situation beitragen. Vor allen Dingen nicht deshalb, weil die Corona-Pandemie natürlich noch nicht so lange her ist und gerade in dem Bereich der Musik- und Tanzunterrichtsstunden immer noch für große Herausforderungen sorgt. Deswegen werden wir eindeutige Signale setzen. Diese Woche am 9.10. wurden die stolzen 105.010 gesammelten Unterschriften im Bundestag übergeben, unter anderem vertreten durch Mitglieder des Deutschen Musikrats und anderer wichtiger Verbände. Die nächsten Wochen bleiben natürlich spannend. Es wird sich im weiteren Gesetzgebungsprozess zeigen, ob diese Signale nun konkret in die Tat umgesetzt werden. Es gilt daher wachsam und kritisch, den weiteren Verlauf zu beobachten. Aber vielen Dank an alle da draußen, die diese Petition unterstützt haben. Das hat alles schon einen großen Schritt nach vorne gebracht. Firmenjews. Wenn ihr auf der Suche nach einem geeigneten Schutz und einem stilvollen Transport für eure Snaredrum seid, dann schaut euch mal die neuen Ahead Armor Hybrid Snare Cases an. Hart von außen und gemütlich von innen. Die neuen Ahead Armor Hybrid Snare Cases bieten von Ahead Armor gewohnt robusten Schutz und schützen eure Lieblinge vor unschönen Kratzern, Dellen oder anderen Beschädigungen. Dank des innovativen PDX-Kors vereinen diese Cases die Stabilität eines Hart Cases mit der Weichheit eines Innenfutters aus Sherpa-Fleece außen hart, innen kuschelig. Die Taschen sind mit ca. 5 mm starken PVC-Einlagen verstärkt und das patentierte Tropfendesign passt perfekt zur Form einer Snaredrum. Mit dem Dynasip Reißverschlusssystem ist das Packen, Öffnen und Schließen leicht gemacht dazu, kommt das wasserabweisende 600 Denier-Polyester-Außengewebe, das innen auch bei Regenschauer alles trocken hält. Also, erhältlich sind die Hybrid Snare Cases derzeit in 14 x 5,5 Zoll, 14 x 6,5 Zoll und 14 x 8 Zoll. Schaut euch die neuen Ahead Armor Hybrid Snare Cases bei dem Händler eures Vertrauens mal an. Definitiv meine erste Wahl zum Schutz der Trommeln. Firmen-News Sammler und Fanatiker, lieber Dirk, passt genau auf. Aufgepasst, es gibt einen wahren Schatz zu entdecken. Ludwig bringt in Zusammenarbeit mit dem legendären Cover-Club in Liverpool eine streng limitierte Snaredrum auf den Markt. Eine Hommage an den Club, der die Fab for the Beatles groß gemacht hat. Das Besondere an dieser Snaredrum ist nicht nur ihr historischer Bezug. Nein, sie ist nur in Europa erhältlich und es gibt nur 15 Stück weltweit von ihr. Ausgestattet ist die 14 x 5,5 Zoll Cover-Club Snare mit 8 Tube-Plugs für eine gleichmäßige Spannung und eine stabile Stimmung. Das Custom Cover-Club Wrap-Design verleiht der Trommel einen einzigartigen Look, der den Musikclub in Liverpool würdigt. Der Classic Maple Kessel aus hochwertigem Ahorn mit abgerundeten Gratungen sorgt für einen warmen, vollen Klang und beste Resonanz. Dank der Baseball-Bed Tone Control lässt sich der Innendampfer passgenau anpassen, um die gewünschte Abdämpfung zu erzielen. Ergänzt wird das Ganze durch die P88 Throw-Off und P35 Butt Blade, die eine einfache und stabile Justierung des Snare-Teppichs ermöglichen. Ein besonderes Highlight ist das gegossene Messing-Emblem, das der Snare nicht nur einen edel Look verleiht, sondern auch ihre Besonderheit unterstreicht. Jede der nur 15 hergestellten Snare-Drums ist individuell nummeriert und kommt mit einem limitierten Sticker sowie einem Zertifikat, welches die Authentizität beweist. Das Ganze hat natürlich seinen Preis. Diese exklusive Snare-Drum kostet Stand Oktober 2024 um die 2000 Euro. Wenn ihr euch aber für die Beatles, deren Drummer Ringo Starr, Musikgeschichte und erstklassige Handwerkskunst begeistern könnt, solltet ihr euch diese sehr exklusive Snare-Drum mal genauer anschauen. Hier noch ein O-Ton vom Joachim von der Drumstation in Maintal, denn die Drumstation in Maintal hat dieses Snare-Drum tatsächlich im Laden. Und jetzt hören wir hier mal etwas aus erster Hand von jemandem, der die Drommel spielen durfte, beziehungsweise in der Hand halten durfte. Hier der Joachim von der Drumstation Maintal. Hey liebe Schlagzeug-Fans, ich bin's mal wieder, der Joachim aus der Drumstation in Maintal. Vielen Dank an Timo und Dirk, dass wir heute mal wieder dabei sein dürfen. Die Drumstation in Maintal ist bekannt für spezielle Sammlerstücke, Vintage-Instrumente und limitierte Stücke. Heute habe ich deshalb ein ganz besonderes Schätzchen für euch im Gepäck. Die Ludwig Cavern Club Snare-Drum ist die neueste limitierte Auflage des legendären amerikanischen Herstellers. Der Cavern Club in Liverpool ist ein legendärer Musikclub, der 1957 eröffnet wurde und eine zentrale Rolle in der Musikgeschichte, insbesondere in der Entwicklung der Beatmusik, spielt. Der Club ist vor allem bekannt dafür, dass die Beatles dort in ihren frühen Jahren regelmäßig auftraten, bevor sie international berühmt wurden. Der Cavern Club hat eine einzige Atmosphäre mit seinen charakteristischen Ziegelwänden und der sehr intimen Größe. Dadurch können die Besucher bei Live-Auftritten wirklich hautnah dabei sein. Für den europäischen Markt hat Ludwig zur UK-Drumshow die Cavern Club Snare-Drum als limitierte Auflage herausgebracht. Die Trommel ist auf 15 Stück weltweit limitiert und fällt durch die spezielle Folierung auf, die legendäre Künstler und Bands des Clubs aufführt. Der Kessel aus Ahorn ist mit acht Tube-Lucks ausgestattet. Die Kesselgratung ist abgerundet. Mit dem Bad-Tone-Hebel lässt sich der Innendämpfer regulieren. Die klassische P88i-Abhebung und die P35 Butt-Plate sorgen für einen optimalen Sitz des 18 Spiralen-Snare-Teppichs. Ein Zertifikat und ein individueller Jubiläum-Sticker mit Seriennummer runden das Paket ab. Die Trommel klingt warm, voll und ausgewogen. Sie kann sowohl in hohen Stimmungen als auch im tiefen Spektrum überzeugen. Eine klare Ansprache und eine gute Resonanz zeichnen die Snare aus, was sie in unterschiedlichsten Situationen zu einem idealen Begleiter macht. Wem diese Trommel über den Weg läuft, der sollte nicht zu lange zögern. Ein echtes Sammlerstück. Wir sehen uns in der Drumstation Maintal. Das war's für heute im Schlagabtausch-Ticker. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn Episode 99 des Schlagabtausch-Podcasts veröffentlicht wird. Dirk Brands und mein Gast in der kommenden Folge wird Holger Müller sein. Holger Müller ist ein vielseitiger Musiker und Schlagzeuger, der nach Station beim Musikkorps der Bundeswehr und dem Landespolizeiorchester Hessen seit 1994 Mitglied der Original-Egerländer Musikanten ist. Zudem als Studiomanager, Dozent und Pauk aktiv und seit 2021 Teil von Thomas Ganschs Blasmusik-Supergroup. Holger ist der Experte für das Trommeln in der Blasmusik und hat so einiges zu sagen, wobei er auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Freut euch also schon auf Episode 99. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Feedback für uns habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an schlagabtauschpodcast at gmail.com. Alle Links zum Podcast sowie Dirk und mir findet ihr in den Shownotes. Bis dahin, bleibt gesund und munter und denkt daran, immer im Groove bleiben. Ciao.